Vielleicht erst mal ganz kurz die drei Grundemotionen im Puppenspiel, die euch immer wieder begegnen werden. Ich habe dazu ein Opossum, das uns das zeigen wird. Und zwar sind die drei Grundemotionen des Puppenspiels ganz wichtig, die können wir Ihnen jetzt... Was ist? Ich werde zersolgt. Du bist was? Zersolgt. Tja, da ist niemand. Das heißt nicht, dass keiner da ist. Da ist niemand. So könnten wir ganz kurz die Grundemotion des Puppenspiels... Also, es gibt einmal... Ich glaube, da ist keiner. Irgendwas, vielleicht bin ich besessen? Vom was? Vom Teufel? Na, vom Trottel nicht. Also können wir weitermachen? Irgendwas steckt in mir. Hör auf jetzt. So, die drei Grundemotionen. Also erst mal lustig, nicht so lustig und ernsthaft. Also lustig? Gesehen? Gesehen? Jetzt nicht so lustig. Und jetzt ernsthaft.